Hallo Freunde, willkommen zurück. Weiter geht's mit Saga im Walhalla Alterspflegeheim. Wir müssen erstmal... Oh, warte mal. Du grast jetzt auf grüneren Weiden. Jawohl, ihr habt einen Speicherpunkt gefunden, nämlich schräg gegenüber, wo wir Cynthia Weaver angetroffen haben. Und hier kann man noch looten. Wird jetzt eigentlich zur Falltafel, bis man jetzt hier ins Auge gefallen ist. Aber macht ja nichts. Können wir jetzt machen. Hatte nämlich schon Saga so mehr oder weniger angedeutet. Ich hab mal die Falltafel öffnen sollen. Thor war weg, bevor ich nach dem Klicker fragen konnte. Ich muss rausfinden, was er und sein Bruder darüber wissen. Um dann auch weiter zu kommen. Halt. Was wissen wir über Thor und Odin? Äh, ne, was wissen Thor und Odin über den Klicker? Okay, meine Güte. Fängt ja schon wieder gut an mit dem Lesen. Äh, ja. Ach, die ganzen Bewohner werden hier in die Einzelteile hinterlegt. Aufgebröselt. Du kommst da hin. Na kommst du nicht hin. Kommst du da hin. Tor, Schlafzimmer. Das wurde zerstört. Äh, verwüstet. Zerstört. Ist nur noch ein Krater übrig. Geht das Thor gut? Ich weiß mal nicht. Thor und Odin holen sich aus. Sie empfangen keine Gäste. Achso, ich wollte gerade sagen, was haben die beiden denn jetzt genau mit Thor und Odin zu tun? Aber, ja, wird ja schon seine Berechtigkeit haben. Äh, äh, gerechtfertigt sein. So. Verpinne ich das die Urteile? Äh, Cordran Lake. Das hat zwar jetzt nicht viel mit dem Aufenthalt zu tun, aber dann sind wir auch da auf dem aktuellsten Stand. Ich bin so überzeugt davon, dass Rose diese Lunchboxen verteilt und dadurch auch Jagd auf die ähm, Kultistenmitglieder macht. Also kein eigenes Mitglied. Also ich bin das überzeugt von. Dr. Eugene Kempe. Okay. Das FBC hantiert auf jeden Fall mit Dingen, die Sie nicht ganz verstehen. Ja. So etwas geht doch immer gut. Immer. Ja. Reißt keine Dimensionslöcher oder sonst wie. So, Bright Falls. Das war der erste? Ah ja, logisch. Wir sind ja die ganze Zeit nur in der Stadt rumgerannt und haben Schabernack getrieben. Gleich in der Halle und so weiter. Leichtingale befuchtelt. Was? Nein, ich will doch. Außerhalb von Bright Falls. Barry May hieß, glaube ich, die alte Dame, falls ich es jetzt nicht gerade gesagt habe, die diese, ähm, Ostereiernäht, wie sie man nennt. Die Markierungen halt für die Lunchboxen. Geschichte. Da fehlt uns noch was. Der Kult. Der Kult versucht alle zu töten. Boah, hier sind wir schon richtig gut dabei, ne? Ähm, ja. Okay, das war klar. Aber das kommt hier hin. Hat sich jetzt auch offenbart, dass sie wirklich die Kultmitglieder sind. Das könnte weiter hinten kommen, ne? Was ist das? Nein. Bei den Kultzielen, ja. Das ist echt eine gute Frage, warum die jetzt, ähm, Wake töten wollen. Ich werde nochmal eine krassere Wendung wäre, wenn er sich herausstellt, dass es in Wirklichkeit Mr. Scratch ist oder irgendwie so. Aber ich glaube nicht. Ein Gemälde von Mama und mir mit Odin und Tor im Zimmer. Da hin. Ich glaube, das stand nicht im Zimmer, aber ist jetzt wurscht. Okay, dann sind wir damit durch und wir sind nicht wirklich schlauer. Gut. Profiling aber. Mit Odin. Odin ist in schlechter Verfassung. Was ist ihm zugestoßen? Das ist unser Lebensabend. Im Wasser ist es dunkel. Wir haben unsere Tricks. Und du deine. Was passiert hier? So hat es sich noch nie angefühlt. Ja, das ist neu. Du bist jetzt Erwachsenssager und gerade rechtzeitig zurückgekehrt. Die Mächte der Dunkelheit verschlingen uns. Wir sind zu alt und zu schwach. Die Macht der Andersons steckt in dir. Was war das? Er war keine Projektion. Odin war wirklich hier. Wir waren verbunden. Sind sie wirklich meine Familie? Passiert all das deswegen? Das war jetzt wirklich so, ne? Im Geiste verbunden, so richtig. Ich habe ein Foto von dir mit den Kultisten gesehen. Wie bist du involviert? Wir sind zu alt für so verrücktes Zeug. Aber einen Drink lehnen wir nie ab. Unsere Verbindung. Wir sind in den Blankenraum noch nie mit jemandem so verbunden. Wie ist das möglich? Ich war froh, deinem Ruf zu folgen. Wikinger sind geborene Reisende. Du bist ein Seher. Du siehst die Wachheit. Aber dein Großvater wird dir mehr erzählen wollen. Das möchte ich ihm nicht nehmen. Thor ist in Gefahr. Du kannst ihn retten. Ist mein Gedankenraum mehr als nur eine Mentaltechnik? Manchmal verwirrt mein Gedankenraum sogar mich. Ist das der Grund? Steckt er mehr dahinter als Intuition? Eins nach dem anderen. Thor ist in Schwierigkeiten. Wenn ich ihm helfe, verriet er mir vielleicht mehr. Oh. Sie sagten, Thor sei in Gefahr. Was ist los? Die Dunkelheit zieht den Funken an. Thor denkt nur mit seinem Hammer. Nicht mit dem Kopf. Der verdammte Prinz der Dunkelheit kehrt zurück. Thor wurde von der Dunkelheit markiert. Ich spüre es. Ich stehe in seinem Zimmer. Sie will ihn holen. Und dann mich. Nimm dich vor, Cynthia in Acht. Im Wellness Center passieren schlimme Dinge. Lass dich zu, dass sie ihn übermannt, Saga. Verweist Prinz der Dunkelheit auf Scratch? Wird Thor zum Besessenen? Ich muss ihn finden, ehe es zu spät ist. Es stoppen, ehe mehr Menschen verletzt werden. Das wird sicherlich Scratch sein. Ich habe Wax Clicker gefunden. Was kannst du mir darüber sagen? Stammt von Toms Lampe. Er wurde ans Ufer gespült. Gute Arbeit. Du hast den Lichtschalter. Der ist wie ein Verstärker. Man kann zwar ohne einen rocken, aber man wird damit niemanden umhauen. Kunst, wie Toms Werke, kann die Welt verändern. Aber mit dem Schalter erreicht man die nächste Stufe. Der Klicker hat die Macht, die Geschichte zu verändern. Logan zu retten. Das bestätigt Wax Worte. Scratch darf den Klicker nicht in die Finger kriegen. Laut Toms Werken muss Odin Wake meinen. Okay. Ja, da kann man die Sorge nochmal zusätzlich verstehen. Wegen Logan, ne? Weil umso länger sie dran glaubt, nutzt er wieder das Böse, diese schlechten Gedanken dazu, um die in eine Geschichte zu verpacken. Und dahinter wird es wirklich wahr, ne? Dass dann Logan wirklich ertrinkt. Sehr alt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde hier ein Böse gebraut. Ich sollte ihn nicht unterbrechen. Um die Marine an der Axtenmächte frühzeitig am Meer zu sehen. Seitdem der besiegelt wurde, ist da ein beliebter Jugendtreff. Sie nennen es Ocean View Motel und Spa. Ist wohl ironisch gemeint. Sie gehen dorthin, um Bier zu trinken und zu vapen. E-Zigaretten. Leckerlich. Die Zukunft ist... Patman, ey, krass. Die Jugendlichen tranken dort also und hatten noch andere Dinge, die nicht für unsere Zuschauer geeignet sind. Aber der Bunker wurde häufig überschwemmt. Vor allem im Winter. In den 90er Jahren ging eine Gruppe Jugendlicher eines Samstagabends dorthin und trank ein bisschen mehr als sonst. Dann fiel ihnen auf, dass ein Mädchen, Nora Hesberg, fehlte. Sie dachten, sie sei einfach nach Hause. So, ich glaube, hier habe ich... Ja, ja, hier habe ich alles geholt. Ist in dem Bunker ertrunken. Ähm... Wie, da war noch was? Hä? Ach, da. Cool. Cool, cool, cool. Gucken wir mal oben nach. Oh, welche Zimmer da oben noch sind. Mandy May, okay. Oh, gut. Okay, die könnte jetzt auf jeden Fall nicht mehr verschweigen, dass für Rose diese Markierungen strickt. Alles voll. Ja, da gibt es nichts mehr zu leugnen. Oh, jawohl. Oh, mit der Batterien werde ich jetzt echt zugeballert. Das ist gut. Aber wer weiß, was noch alles kommt. So Materie wahrscheinlich wegbrennen und so. Oh, hier ist echt viel zu looten, aber... Na gut, zwischendurch auch mal eine leere Schublade. Norman. Hier ist der Norman noch mal. Ach, wahrscheinlich der mit dem Handtuch, der Saunagänger, ne? Ich denke mal schon. Ja, sicher. Doch, 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 doch. Hier ist wieder ein Fernsehen. Vielleicht geht gleich eine Werbung an. Der Ende für Schmuddelhefte. Ne, Trends in Style. Okay. Ist er fein raus. Doch kein Schmuddelheft. Zeiten aus alten Zeiten. Äh, Rätsel aus alten Zeiten. Zeiten aus Zeiten. Ja, wahrscheinlich. Aber 200 knifflige Rätsel zum Kopf zerbrechen und Hirn zermatern. Notiz an mich. Versteck. Versteck das Ding mit einem kleinen Rätsel wie diesem. Besser als jedes echte Schloss. Kommen Sie nie ins Stuttort. Ich mag Otter. Voll putzig. Die kleinen Racker. Die soll man mit ihren Steinchen spielen und so. Voll süß. So. Woher wohnt? Ach, Cynthia. Ich brauche den Schlüssel. Cynthia Weaver. Die Frau des Lichts. Und hier ist Gail. Gail sagt mir jetzt aber gar nichts. Ach, hier ist Arty. Auch zu. Kommen wir nicht hin. Das ist so ein Riders Room. Der sagt zu deiner eigenen Sicherheit. Die Zeit kriecht für die Wartenden. Aber am Ende sind sie dankbar. Meine Güte, ich habe sie gar nicht gesehen. Ja. Der kann sich hier... Der teleportiert sich einfach mal hier hin. Ich glaube, Arty ist nicht wirklich da. So, ne? Irgendwie... Irgendwas stimmt mit dem ganz und gar nicht. Also von seinen Erscheinungen her und so. Der taucht einfach auf. Aus dem Nichts. War schon am dunklen Ort auch. Alter Schwede. Der Typ. Ich vermute mal, dass es der Gitarrist ist. Von den Old Gods. Auf was gab der Band. Aber sicher bin ich mir noch nicht. So im Nachhinein vor allem mit seinem Teleportieren und so. Da haben die anderen beiden ja nicht drauf. So, jetzt haben wir aber... ...nicht wirklich Fortschritt so gesehen. War das so eine Lunchbox? Warte mal. Warte, warte, warte. Wo war denn das blöde Büro? Direkt am Eingang. Ja, da bin ich mir auch sicher mittlerweile. Das ist Rose Büro. Das ist... Kein Zweifel. Langsam mehr. Echt kein Zweifel. So, ich glaube, damit habe ich jetzt auch mal... ...wieder eine neue Stufe erreicht, oder? Nee, Fünfe habe ich gerade mal. Dauert noch etwas. Nochmal vielleicht mit Rose reden oder mit den beiden? Kreuzverhör. Nee, da geht nichts. Bindetor. Sprich mit den Andersons. Das haben wir erledigt. Rose? Jo. Was passiert im Wellness-Center? Oh, dort bieten wir Gesundheitsdienste für die Bewohner an. Wir haben eine Reha-Einrichtung, einen Essbereich und betten für eine spezielle 24-Stunden-Pflege, damit sie jung und beweglich bleiben. Hm, das war es aber noch nicht, oder? Wir brauchen mehr Betreuer für den Hirschfest-Ausflug. Wir dürfen keine Wicke... Ach, guck mal, jetzt ist Arti wieder hier unten. Das ist doch nicht normal. Der geht keinen Schritt und kommt von A nach B. Wir müssen irgendwie in den Wellness-Bereich rüberkommen. Tut mir leid, Saga. Zutritt nur für Angestellte. Hm. Wo kommen wir denn jetzt weiter? Kultes Baum ist noch was? Achso. Wir brauchen irgendwie Fortschritt. Beide bestätigt keine Kult-Mitglieder. Das wissen wir jetzt. Ach, ich komme auf die Geschichte immer. Das ist absolut unnötig. Lunchboxen, Pfleger, Bright Falls. Da. Ja, spätestens der Beweis, ne? Würde ich sagen. Ja, heute mal ein bisschen mehr Detektiv-Arbeit. Gehört aber halt einfach dazu auch. Versuch's weiter. Achso. Hä? Durch den Klicker verändert Wakes Geschichte die Realität. Kann ich ihm diese Macht anvertrauen? Ich hab wohl keine Wahl. Weiter geht's. Such nach einem... Such nach Thor in seinem Zimmer. Aber da waren wir ja schon. Thor geht es nicht gut. Hier stimmt irgendetwas nicht. Ja, die Geschichte bringt uns nichts jetzt in dem Punkt. Oder an dem Punkt. Thor ist im Wellness-Center. Nicht wahr? Nein. Er ist... Ja. Aber... Sie sollten da jetzt wirklich nicht reingehen. Sperren Sie die Tür auf, Rose. Das ist eine FBI-Angelegenheit. Aber... Es gibt da einige Dinge, die Sie... Mach auf. Ja, okay. Ich lasse Sie hinein. Korrekt. Danke, Rose. Ja, ich glaube, die kann man echt ausschließen vom Kult, ne? Die ist zwar ein bisschen... Ultra-wirscht vom Verhalten her und so. So eine richtig verrückte irgendwo. Aber in der Hinsicht positiv verrückt, glaube ich. Pass auf. Die pfützen auf. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Stimmt. Ähm. Danke. Bei dieser Frau läuten alle Alarmglocken. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh. Vielleicht endlich mal ein Service. Eine Karte. Schön, 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 schön. Kaum drin schon... Eine Map. Mit Outlast 3. Leer. Sei bereit, Saga. Okay, hier ist verschlossen. Auf die Kringel bimmeln. Bimmel, 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 bimmel. Hallo? Thor? Ich bin Saga Anderson. Aber direkt... Direkt einpacken. Da war gar nichts drin. Hm. Hat sich da was bewegt? Ähm. Hier wurde auf jeden Fall gewütet. Kleiner wüterischer Werk. Da mal, da war was zum Lesen. Äh... Er hat seine Verbände abgenommen, obwohl er schwer verletzt ist. Wieso? Thor war hier. Doc, Rose und ich fand Mr. Anderson bewusstlos neben dem Telefon. Verbrennungen an der Hand, Schnittwunder am Kopf. Er war bewusstlos. Wir haben ihn hierher gebracht. Bedimmt sich schon die ganze Woche seltsam. Passt auf auf ihn. Er ist ein VIP. V.B. Verhandlungsbasis. Äh, wer? V.B.? Boah, da bin ich jetzt aber echt überfragt, wer V.B. ist. Sonst bin ich da eigentlich aktuell ziemlich fit so mit... Das geht von hier nicht auf. ...mit der Geschichte und mit den vorherigen Ereignissen. Umso länger ich das spiele, umso mehr kommt mir alles wieder so ein bisschen hoch quasi. Aber... Äh, V.B.? Boah, da stehe ich jetzt echt auf dem Schlauch. Valerie... Irgendwas... ...oder... ...Vincent... ...Burton. Rehabilitation... ...schweres Wort für mich. Da komme ich gerade gar nicht drauf klar. Und hier kann man speichern. Sehr schön. Passt ja ganz gut. Mal looten. Ohne zu bluten. Hoho, der muss auch wieder sein. Mittendrin statt nur dabei. Die blöden Sprüche meinerseits. Und dann bedanke ich mich für's Zuschauen. Wir machen im nächsten Part weiter. Aus... ...im Wellness Center... ...geht's dann... ...ja... ...direkt weiter. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Und tschüss.